Yo, hallo und willkommen zu Craft Attack 3. Weiter geht's, nicht wundern, wenn mal ein Part ein bisschen später kommt, wie zum Beispiel der letzte, da hat man ja das von dem Aufnahme, also von Spark ein bisschen früher gesehen und von mir dann halt ein paar Tage später, wobei es ja auch relativ latte, weil Leute, die es bei ihm gesehen haben, haben schon gesehen und Leute, die bei mir Spark nicht gucken, sehen es bei mir zuerst. Also es ist eigentlich relativ latte. Okay, ich würde mal sagen, wir holen uns mal ein paar Steinchen raus und dann geht es hier auch direkt mal ans Bauen. Und ihr seht, meine Pickaxe repariert sich gerade ein bisschen, wobei ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen mehr. Deswegen gehe ich mal da hinten zu der Kohle und baue die mal eben ab. Dafür habe ich die auch da hinten aufgebaut. Ab geht's. Und nein, es bringt nichts, die Rüstung auszuziehen, weil auf meiner Rüstung ist kein Mending drauf. Nur mal so nebenbei. Okay. Boah, ich glaube ja, dass die Pickaxe... Warte, 408 hat sie jetzt. Ich weiß gar nicht, ob die sich schneller repariert, als sie kaputt geht beim Abbauen. Sehen wir jetzt. 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408, 408 und... Wow, 429. Okay, ich halte die mal in die Offend. Weil wenn wir quasi was aus dem Ofen nehmen, Monster töten, repariert diese sich von alleine. Cool. Okay, warte mal, wo machen wir denn weiter? Ich würde ganz gerne die Neta-Insel weiterbauen auf eine Art, aber ich hätte ganz gerne noch eine Hauptinsel. Und ich glaube, die wird da gebaut. Die Hauptinsel wird relativ groß mit einem Schloss drauf. Soweit ist der Plan. Ähm, Endinsel kann man noch ein bisschen weiterführen. Oh, wow. Okay, könnten wir eigentlich mal beginnen mit diesen wunderschönen Treppen. Wobei, dann kann ich die Pickaxe auch rausnehmen. Die stört dann eigentlich nur von der Optik her. So. Also dann kommt hier eventuell... Nein, nicht eventuell. Hier kommt dann nochmal ein Turm hin, beziehungsweise ein kleines Gebäude aus dem End. Boah, wenn man hier runterfällt, ist man tot. Da ist man einfach tot. So, dann kommt hier noch ein Gebäude hin und dann geht's von hier aus einmal schräg da hoch. Und da ist dann noch eine neue Insel. Und von da aus kann man dann vielleicht nochmal runter. Aber was weiß ich, Mann. Sehen wir gleich. Wir bräuchten eventuell noch ein paar Leitern. Weil wir können auch den Turm ein bisschen hochziehen. Dann sieht's hier zumindest schon mal ein bisschen pornöser aus. Oh, da da hinten, Mann. Ich will überall bauen. Ich will überall einfach weiterbauen. Warte mal, wir brauchen aber auch nochmal Zäune. Nether Bricks. Aber Neta-Watze haben wir jetzt gar nicht abgeholt. Verdammt. Oh, cool. Aber finde ich schon mal gut, dass das mit dem Tor geklappt hat. Wer das nicht gesehen hat, guckt sich einfach mal die letzte Folge an. Nämlich habe ich jetzt quasi ein Schnellreiseportal. Nachteil ist, die Leute, die zu mir wollen, kommen auch relativ schnell hier drauf. Das heißt, hier müssen irgendwo noch Fallen hin. Nur mal so nebenbei. Und damit kann man eventuell Darkwood-Türen hier reinbauen oder Junglewood. Junglewood. Und ihr seht schon, ich habe hier kein Glas reingemacht, sondern richtig krasse Zäune. So, wie es sich auch im Ende gehört. Oh, es wird hell. Cool. Sekunde, ich brauche... Ich nehme mal die Endsachen mit. Dann brauche ich hier auf jeden Fall ein paar Leitern. Davon sollte ich bestimmt noch ein paar Liegen haben. Ne, hier. Letter. Cool. Also im normalen End geht es ja mehr oder weniger in einem Jump'n'Run nach oben. Das will ich jetzt aber nicht unbedingt machen, weil da rege ich mir wahrscheinlich eh nur auf... Wiebreit ist das 3? Obwohl, warte mal. Kein Crafting Table hier unten, Mann. Okay, warte mal. Wir könnten natürlich, wir könnten natürlich richtig schön bauen, wenn wir hier nochmal sowas, oh, warte mal, Spruce Doors. Die würden hier eigentlich gut reinpassen. Jo. Nice one. Und da bräuchte ich eigentlich davon manchmal zwei, weil eigentlich muss eben jeden, oh. Jawoll. Eigentlich muss in jedem Bereich so ein Crafting Bench sein. Warte mal, ich drehe die mal eben. So sieht die blöd aus. Ich zeige euch. So ist viel besser. Hey, sieht die von der Seite gleich aus? Ah, ne, von der Seite nicht. Okay, kann man nicht drehen. Schade aber auch. Aber diese More 3D Blocks habe ich noch gar nicht, ne? Für Zwecks. Schade. Drei Türen, cool. Gut, dann kommt jetzt der Tür noch hier hin. Da müsste eigentlich hier noch ein Weg dran, ein paar Netawarzen hier reinkommen. Die Sachen müssen dann nochmal wegsortiert werden. Vielleicht mache ich das Ganze auch, oder habe ich das Ganze schon im letzten Livestream gemacht? Ne, ich glaube aber nicht. Ich bin ja momentan nicht so Livestream stark. Ach, genau, warte. Crafting Workbench kommt hier oben hin. Und zwar da. Dann kann man nämlich hier schon mal wieder ein paar Blöcke bauen. Ein paar Blütze. Zum einen normale. Oh, ne, so. Normale Blütze, ein Stack. Und wir könnten dann auch ein paar Slabs bauen. Wir machen jetzt mal echt dieses Jump and Run Prinzip nach oben. Könnte man oben vielleicht noch was verstecken. Vielleicht. Aber Jump and Run Prinzip von vornherein? Ja doch, komm. Oh Mann, ey. Aber eigentlich kommt man da gar nicht so hoch, also schnell hoch, ne? Weil man da halt immer nur einen Block hoch geht. Ja genau, das passt vor allen Dingen super da oben. So. Ne, ich glaube, das lasse ich. Ist zwar schön, aber da ärgere ich mich wahrscheinlich nur, weil ist ja nicht nur ein Dreiersprung, ist ja drei und noch einen halben hoch. Hallo. Konzentration. Und auf die Taste hacken, genau. Ne, ich mach das weg. Ich nehm Leitern. So. Und so. Okay, dann gehen wir hier ganz normal hoch mit Leitern an der Stelle, wo, warte mal, man kommt hier so rein, so, denkt sich so, und dann mach ich hier die Leiter hin. An der Position fällt sie vielleicht nicht sofort auf, höchstens beim runtergehen oder zurücklaufen, aber ansonsten eigentlich nicht. So. Dann kann man hergehen und die Pillars hier weitersetzen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das so aussieht generell. Können noch so bauen. Huiuiuiuiui. Uiuiuiui. Genau so. Haha. Dann hier noch. Dann lach ich doch mal mit. Boah, der war knapp. Auf jeden Fall wird das hier so ein Turm, wenn man so möchte. Ja genau, da lohnt es sich. Und oben geht es dann halt weiter mit so einer Spitze. Die baue ich wahrscheinlich ein bisschen eigen, nicht gerade wie im End. Oder vielleicht ja doch, muss ich mal schauen. Aber ich habe jetzt leider nicht die ganzen Klötze mit, die ich brauche, ne? Weil ich brauche eigentlich noch mehr Pillars. Pillars of Eternity. Kennt einer das Spiel? Lohnt es sich? Ich habe es noch nicht gespielt. Sah aber interessant aus. Wer es kennt, schreibt mal bitte rein, ob es sich lohnt. Würde ich gerne mal angucken. Weil jetzt kommt das. Ich bin bald im Urlaub und zwar in Holland. Wer es kennt? Du in Rell. War das bald? Zwei Monate oder so, ne? Ja, zwei, drei Monate? Keine Ahnung. Also wir sind in Du in Rell und da wollte ich dann für abends oder so, wenn man dann quasi in dem Bungalow abchillt mit der Familie, dass ich dann da eventuell was habe, womit ich mich nochmal alleine beschäftigen kann. Weil wenn ich so 24-7 auf alle drauf rumhocke, dann braucht man auch mal was für zwischendurch. So. So ist doch geil, oder? Muss einfach geil. Warte mal, die müssen trotzdem weg. Weil von außen, klar, sieht man das nicht. Oh, mir doch sieht man wohl. Okay. Nein. Oh. Hey, warte mal. Ach, nee, gar nicht. Slaps, ne? Schlaps. Wow. Early Boy. Mit dem muss ich auch mal wegzocken. Voll lange her schon. Oh, wo ist denn hier? Hallo. Dann bauen wir hier noch ein bisschen weiter so. Machen den Turm ein bisschen höher. Ich weiß aber gar nicht, wie hoch ich den mache, aber wir können den ja jetzt erstmal so lassen. Wir können ja noch ein bisschen weiterbauen. Später weiterbauen. Ich gucke einmal von außen. Eventuell eine Etage drauf. Aua. Lol, eine Etage drauf, weißt du? Da gehören mindestens, mindestens noch drei Etagen drauf. Damit es einigermaßen aussieht und dann geht es hier hinten weiter in so ein kleines Haus rein. Da muss ich mal gucken. Ich glaube, das lasse ich aber jetzt hier gar nicht hochgehen. Dann geht es einfach nur in das Haus rein. Guck. Warte. Ich gucke einmal hier um die Ecke. Ja, genau, wie ich einfach meinen Kopf bewege, ne? Hab nicht die Oculus Rift auf. Die haben wir übrigens bestellt, die normale. Ich hatte ja schon die DK2, also die Entwickleredition Nummer 2. Und die fand ich eigentlich schon cool. Zwar noch nicht so mega cool, aber ich glaube ja, dass die Supervision, also die normale Version von Oculus viel geiler geht und viel steiler geht und deswegen habe ich mir die mal geholt. Und die müsste irgendwann auch mal kommen. Also dauert, glaube ich, nicht mehr so lange. Da könnte, glaube ich, schon was gehen. Und ich muss unbedingt nur nach oben gehen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier, warte mal, hier ist sogar so eine Doppel. So eine Doppelabteilung ist da sogar draußen. Müsste ich eigentlich dann hier auch bauen, sonst sieht irgendwie kacke aus. Habe ich denn hinten nochmal so drauf gebaut? Nein. Okay, einfach so schräg. Okay, einfach so einen Kasten rum. Das wollte ich haben? Das war extra? Aber warum? Ich hoffe, okay, ich hoffe, die Klötze reichen nicht ab. Ich hoffe so. Und hier kann man dasselbe dann nochmal hinbauen. Und zwar 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oh nein. Oh, warte mal, hier geht's. 1, 2, 3, 4. Dann kann man hier drinnen den bauen. Und dann kann man hier den setzen. So. So ist das schon mal gut. Und von hier aus soll es dann quasi in die Hauptinsel reingehen, die dann wahrscheinlich... Boah, ich würde ja ganz gerne noch den Berg da mitnehmen, aber irgendwie... Genau, den Berg, dann rüber auf den Berg, dann runter auf den anderen Berg und so weiter und so fort. Oh, Early Boy. Gerade noch von gesprochen. Bin gerade dabei. Nur bin krass im Voraus. Das wird dann ärgerlich. Also ihr wisst ja, ich bringe ja Craft Attack momentan nur alle drei Tage und deswegen würde das dann voll spät kommen, was dann wiederum ein bisschen doof wäre. Warte mal, habe ich da eigentlich... Ah. I see. Da habe ich diese Treppen dran gebaut. Warte mal, Treppe? Pillar? Oh, ich hoffe, das passt jetzt auf der anderen Seite. Denn wenn nicht, wäre dann nämlich richtig doof. Aber ein paar Treppen brauche ich sowieso noch. So, zack. Und eins, zwei, drei, vier, dann würde da das hinkommen. Nein, schade. Habe ich doch vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei... Ne, warte mal, drei habe ich dazwischen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei... Ne, vier. Okay, habe nichts gesagt. Das heißt, ich müsste das hier noch einversetzen. Oh, Mann, oh. Aber egal, geht ja schnell. Aber besser so, damit es auch perfekt passt, als wenn dann nachher wieder irgendwie ein Design-Schnitzer drin ist und man denkt so, boah, das Haus ist zwar cool, aber der eine Block, der stört total. Das wäre natürlich dann ein bisschen doof. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich quasi alles neu bauen muss, also in der Luft vor allen Dingen und nicht in den Berg rein, brauche mein Haus auch relativ lange. Ich glaube, nächstes Mal baue ich mir einfach in so einen Berg rein. Einfach in so einen dicken Berg rein und schon läuft das Ganze. Und nicht erst hier hinbauen und dann rüberlaufen und dann so weiter und so fort und Kette bauen und... Obwohl, unten das Ding ist ja auch noch nicht fertig. Sollte ich mir die nächsten Tage mal vornehmen, unten den Eingang zu bauen? Eingang in den Baum rein? Ich weiß gar nicht, ob ich genug Teile dafür habe, weil dafür brauche ich wahrscheinlich noch ein paar Pistens. Die ich nicht habe. Okay, warte mal. Habe ich jetzt? Habe ich jetzt? Nein. Boah, wenn ich scheiße. Das ist, wenn man so viel rumlabert. Ich habe im Grunde genau dasselbe wieder hingebaut, wie ich gerade abgebaut habe. So voll gut. Aber da fällt mir gerade ein, dann kann ich die Pillars, die ich jetzt hier gerade noch liegen habe, vielleicht für... dass andere Dinge nehmen. Warte mal, wie war das jetzt so? Genau. So sieht es nämlich aus. Hä? Was ist denn das so? Krass! Sagt schon, das ist bestimmt irgendwann noch nicht komplett generiert, weil ich sehe es von hier aus nicht. So, jetzt sehen wir quasi diese Treppen so. Pass auf. Dann kommen die Pillars halt hier rein und schon haben wir die nächste Brücke ready. Wir brauchen jetzt nur noch die... Nein, 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 nein. Wir brauchen jetzt nur noch diese Dildos, die hier leuchten. Und zwar ruhig ein paar mehr, weil ich da drin auch noch welche brauche. Wie heißt die nochmal? Die heißen nicht so, wie ich sie gerade genannt habe. Guck mal, ein neues Diamantenschwert, die geschleckt. Da habe ich Glas drin. Ich könnte wetten, die sehe ich. Aber über... Ah, genau. Ein Endrott. Sag bloß, ich habe nur noch ein Endrott. Manno, wir müssen wieder ins End. Wir müssen ganz viel plündern. Aber diese Blümchen, diese Steine und diese Endrots. Bäm. Schon allein für die Beleuchtung hier in dem Bereich. Okay, warte, man kann hier noch ein paar Pillars bauen und dann sind wir, glaube ich, schon so gut wie durch. Haben zwar so viel nicht geschafft, obwohl geht. Wir haben hier ein bisschen was gebaut, da ein bisschen was gebaut. Hier der Turm nimmt weitere Ausmaße an. Die Hölleninsel hat ein paar Türen bekommen und ein paar Steine noch. Also eigentlich läuft es. Auch wenn der für einen vielleicht nicht so läuft, wie er gerne hätte. Nicht so schnell. Und ich sollte hier von draußen vielleicht auch noch was beleuchten. Weil sonst spawnt hier auf den Balkonen immer was. Oder ich mache da genau. Ich habe eine Idee. Ich mache da Half-Steps hin. Dann kann da keiner drauf spawnen. Yeah, there would be nice, man. Daneben gebaut. Und eventuell noch ein paar Treppen da dran setzt. Oh. Ich sollte mal vielleicht was essen. Ich habe noch drei Herzen. Ja. Und wir sind oben. So. Aber ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Craft-Attack sehen wollt und ihr endlich wollt, dass ich mein Haupthaus anfange, dann gebt mir einen Daumen nach oben. ursprünglich wollte ich mein Haupthaus hier drauf bauen, aber dann dachte ich, es ist ein bisschen klein, ne? Und ich glaube, oh nein. Und ich glaube, hinten die Insel wird nicht gerade klein. Nein, 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 nein. Okay, ich habe alles. Gut, haut rein und bis zum nächsten Part von Craft-Attack 3. Tschüss. 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 Tschüss.